Hallo alle miteinander. Am 16. November 2022 sind meine ersten Videos online gegangen. Zeit für ein kurzes Resümee und ein Ausblick, wie es weitergeht. Vier Monate und zehn Videos liegen jetzt hinter mir, in denen ich mich in erster Linie mit grundsätzlichen Informationen zum Thema Tinnitus und Ohrproblem beschäftigt habe und auch über meine eigene Geschichte gesprochen habe. Ich will mich an dieser Stelle erstmal bei allen bedanken, die mir in diesen Wochen schon gefolgt sind und meinen Kanal abonniert haben. Ich will nun den nächsten Schritt gehen. Das bedeutet in erster Linie, dass ich nun zusätzlich auch Themen behandeln will, die nicht zwingend direkt was mit Ohrproblemen, Tinnitus, Hyperakusis und so weiter zu tun haben. Das werden in erster Linie Themen aus dem musikalischen Bereich sein. In diesem Zusammenhang will ich versuchen, die Frequenz meiner Videos zu erhöhen. Bislang habe ich ja alle 14 Tage eins hochgeladen. Mal schauen, ob ich es schaffe, jeden Mittwoch eins zu machen. Ich möchte euch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich die vergangenen Jahre an einem Buch gearbeitet habe, in dem ich meinen Krankheitsverlauf beschreibe und auch Geschichten aus meinem musikalischen und privaten Leben beschreibe. Das Manuskript ist fertig und auch schon lektoriert. Aktuell wird der Buchsatz erstellt und letzte Entscheidungen, was das Cover und den Titel angeht, getroffen. Ich werde euch diesbezüglich natürlich über den aktuellen Stand immer informieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung zu meinen Videos hinterlassen würdet und vielleicht auch Anregungen oder Ideen oder Fragen stellt, was euch interessieren würde. Und wie immer, fühlt euch frei, den Abonnier-Button zu drücken. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne nochmals vielen Dank und ich freue mich auf die kommenden Monate. Wir sehen uns beim nächsten Mal.